so ich habe den helden gespielt mal gespannt natürlich und ich bin die erfahrenste mit 18 okay gut das haben wir sind auch mal schauen die schacht beginnt in 10 sekunden machen wir das 3 2 1 möge die schacht beginnen ok respekt aaaaaah fd ich mal auch mit damage hier aaaaaah Hide sch хотел aaaaaaah stecks und aaaaah aaaaaaaah aaaaah you see active sigue oh die dingaham aaaaaaaah aaaaah aaaaaaah aaaaaaah aaaah aaaah Nicht so gut. Scheiße, hier liegen die ganzen Kristalle. Kannst du die schnell einsammeln? Ich bin schon da, ich bin schon da. Sehr gut. Cool. Da unten bei dem gelben da. Also in der Mitte bei dem gelben. Also direkt runter. Da, wo du grad warst, runter geht. Ja, ich bin hier, weil ich alleine dran bin. StarCraft könnte doch auch mal rutschen. Komm weg da, du bist nicht zu weit drin. Ich war schon auf dem Rückweg, aber die machen guckt ja nicht. Okay. Das denkt der sich wohl auch grad. Alter! Heftig, der kriegt ja gar nichts. Kommt ja gar nichts ab. Hier die Kristalle sind da. Kannst du die einsammeln? Da, Signal. Geh mal runter. Ja. Ah, jetzt sind sie weg. Scheiße, ey. Schneller. Ich komme nicht weg, ich komme nicht weg, ich komme nicht weg. Verdammt. Ja, wir müssen ein vorsichtiger spielen, glaube ich hier. Die sind ganz schön gemein. Oh, hier sind noch weg. Nein! Wieder weg. Ich hoffe, du hast nen Plan. Ich komme runter. Ich komme runter. Nein, nicht schon wieder. Oh, ich hab sechs. Ich hab sechs Kristallis an mit dir! Scheiße, ey. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Ich kann noch nicht einmal abkleben. Scheiße, ey. Geh zum Brunnen. Brunnen, Brunnen, Brunnen. Runter. Schau. Schau. Was stimmt. Ich dedicated den Publikum. Er hat mich vor der Schnältz. Nicht verleid mich. Ich bin doch sicher. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Nein! Jetzt wollte ich den Typen retten und er... und ich. Es sieht sich nicht gut aus. Relevoten sammeln zu fühlen. Scheiße. Ich weiß, er ist gut. Fuck! Ich weiß, ich krieg's irgendwie nicht. Ich würde gerne mal abgeben, aber hier sind dauernd eigentlich nicht die Spieler am Weg. Jetzt ist es schon wieder. Nein! Oh, das ist ja für'n Arsch. Jetzt haben wir ja noch sieben Stück von mir. Oh, das war blöd! Ja, geh bloß nicht oben hin. Geh ganz unten oder so. Ne, ganz unten gibt's da auch nicht. Krass, du 16? 10? Das hat sich ja richtig gewöhnt. Ich hab grad blöderweise verschenkt. Aber wir tun. So, wird jemand mal helfen? Hallo! Wie seid ihr denn? Wie seid ihr denn? Das war klar. Ich weiß nicht, der Typ ist einfach abgehauen. Ich kann den Helden nicht spielen, der ist komisch. Einen müssen wir noch abgehauen. Einen müssen wir noch abgeben. Ja, unten rechts. Guck mal, wie siehst du das? Ich hab's im Auge behalten. Ich hab's im Auge behalten. Ich hab's im Auge behalten. Wie tun wir das jetzt? Wie warte auf dich, Schätzchen? Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ähm, hier kommen alle am anderen zu den Schämen. Ein, 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 ein. Hier kommen beide Menschen. Wo bleibt das Zauberwort? Ja. Mit allen Mitteln. Okay. Boah, da ist schon drei Stück wieder weg. Naja, wenigstens ist das Tor weg. Fack, und er hat dem schon wieder meine Kristallel durch. Oje. Ich seh grad, die haben ja 8... Also die haben nur 844. Weiß nicht, Mo. Mo. Ich sterbe. Boah, das ist zu viel. Ja, das ist ein Tiergrad eigentlich. Ohohohoho. Ja klar. Boah. Scheiße. Ich werde verlieren. Aber sowas von... Ich hab schon wieder Kakao gemacht. Aber eigentlich müsste man das noch umreißen können. 12 zu 15. Na gut, 15 ist Kakao jetzt. Was? Aber mein Typ stirbt so schnell. Nein, nein, nein. Das geht ganz gut. Nein, nein, ich schuhe. Und dann bleibt das Zauberwald. Heilt euch. Ey, hier ist gar schon was geboten. Ich versuch's jetzt mal. Boah, ich hab viel abgegeben. Boah, nee. Wo bleibt das Zauberwald? Wo bleibt das Zauberwald? Guck mal, wen ich da abkann hier. Leute! Wir haben auch irgendwie überhaupt keinen Supporter, der mal heilt, ne? Ja, ich bin Heiler eigentlich. Dann heil mal. Heil nicht. Ich kann da nicht direkt fallen. Nur dich selbst. Na, auf Wulfan. Wulf Tuck. Ja, geil. Aber selber auch gestoppt. Ja. Na, das hört er ab. Krass. Wie schnell er die Leber wegfallen kann. Nee. Aber er kann gar nichts abweichen. Nur am Leben verlieren. Wie doof. Schock gar nicht. Willst du mich schätzen? Aber gut verteidigt. Wie eure Feinde gieren nach meiner Macht. Und sie wird ihnen gehören. Ja. Oh. Oh. Oh, du -, du hast es powerl. Oh, das und gar nicht. Oh nein, hier kommt so ein Scheißnetz. Oh nein, hier kommt so ein Scheißnetz wieder. Wir haben alle volle Leben gehabt. Warum rennen die weg, ich weiß nicht. Das ist okay. Komm schon! Zwei Stück. Ich verstehe, ich bin sehr gut, ich weiß nicht. Ich stehe da, ich stehe. Ich stehe da. Ich stehe da. Ich komme mit Schopenhade. Nein, nein, nein! Aber cool, wenigstens der Typ auch droht. Oh, 17,19. Aber wir holen auf. Geil, der hat 24. Boah, das war ja echt knapp. Hallo, hier Leute. Hallo, da liegen Kristalle. Sammle die ein, du Depp. Sarah hat dran vorbeigelaufen. Hm? Ja, ihr, ne? Ich darf. Eure Zitarelle wird angegriffen. Leute. Boah, die ist schon wieder schwer los. Ja. Ein Mann muss tun, was ein Mann tut. Oh nein. Ich denke, das ist schon wieder. Scheiße. Doppelkiller war auch gestorben. Oh Mann ey, das ist kacke. 18,20, wenn wir mitsterben. Dann können wir das nichts mit aufholen. Boah, 40 Sekunden. Dann kann ich mir ja Milch holen. Kannst du mir nichts holen? Nicht sterben. Guck mal, 19,20. 19,20. 20,20. Keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen. Frag dich mal was. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ja. Oh! Wirst du mir schätzen? Lassen wir uns dieses Söldnerlager! Ja, das war alles von Böhnen. Halt ich dort. Alles klar, Sesseltruppe. Oh je. Oh je. Oh, ich hab sogar noch... Nee, Stein war gar nicht mehr geschafft. Oh. Mann, nee. Damit man wieder wach war. Ich glaub, das war's, wa? Ja. 50, 40, 30, 20... Okay. Ich brauche einen Kakao. Das muss ich erst mal verarbeiten. Oh Mann, aber wir haben uns eigentlich ganz gut am Ende noch aufgeholt mit Kills. 20 zu 21. Aber, ja... Der komische Held gefällt mir nicht. Ich werd mal einen Hanna nehmen. Ich glaub, die Statistiken traurig anzugucken. Oh, es sind alle so viel gestorben. Oh, ich hab aber am meisten... Upsi. Da haben sie voll stark geflogen. Ja, okay. Das war ein Satz mit X nochmal. Ich nehm diesmal aber Walla. Walla 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 Walla. Ich bin bereit. Ich hol mir kurz Milch. Ich komm gleich wieder.